Ja Leute und damit herzlich willkommen zu Dungeon Nightmares, heute mit dem Jackson am Start. Wir gucken jetzt, ob wir die erste Nacht überstehen, du darfst auf Start Night 1 drücken. Also ich weiß ja, worauf wir uns einlassen, eher aber nicht. Night 1 auf 7. Nacht 1 von 7. Du musst aus diesen Dungeon rausfinden. Und ich werde mal das Licht ausmachen. Du musst C drücken, um eine Kerze zu benutzen. Jetzt siehst du uns, genau. Weiß ich nicht, da ist eine Truhe. So, gehen wir zur Truhe. Okay, da ist nichts drin. Zieh dich mal im Raum rum. Du kannst M drücken, um auf die Karte zu gucken. M. Ah, da unten sind wir. So, und der Ausgang ist halt irgendwo, irgendwo in diesem Labyrinth, was wir finden müssen. Doch wir sind nicht alleine hier. Das war nur Gas, alles gut. Es war nur Gas. Was jetzt? Was jetzt? Nichts. Nein, 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 nein. Du hast keine Kerzen mehr. Siehst du, siehst du oben links. Alter, man sieht nichts. Okay, warte ganz kurz. Ich muss gucken, ob ich das, darf ich? Ob ich das Spiel heller stellen kann. Help, reset, follow, noch. Kann man nicht. Okay, also man kann das Spiel nicht heller stellen, wie es so aussieht. Hübsch. Hübsch. Egal, jetzt weißt du, wie ich stamm. Sie wird, wir verschwinden keine Kerze. Oh Gott. Okay, das war, das kennen wir ja. Oh, was ist das denn? Das Artefakt. Was? Das ist ein Artefakt. Wenn wir das Artefakt einsammeln, dann können wir erst den Ausgang benutzen. Artefakt found, find for exit. Okay, jetzt müssen wir die ganzen Räume dort nach dem Ausgang durchsuchen. Der Ausgang ist eine Leiter mit Licht. Wir haben jetzt zwei Kerzen. Oh. Eine Kerze haben wir aktuell, ja. Die wir noch benutzen können. Die kannst du auch benutzen. Okay. Also bisher ist ja... Ich hätte jetzt sagen sollen. Okay. Ein schönes Bild. Ja, total schön. Das ist das Picasso-mäßig, oder? Er hat zu lange im Meer. Deswegen ist ja krün wie eine Albe. Ja. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Sprech mal ein bisschen lauter. Lauter? Lauter, weil das Spiel ist ja auch laut. Äh, hier kann man rennen. Das ist doch, oder? Nein. Nein. Ich glaube, nicht ohne Trug. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Dann fahrst du, okay. Okay. Okay, ich glaube, ich werde zurücklaufen. Ja. Hier geht's auch mehr rein. Ja. Ich weiß nur nicht, wie man rennt. Wenn du nicht weißt, wo wir sind, guck auf die Map. Ich weiß nur nicht mehr. Okay. Okay. Warum sagst du schon wieder? Alter! Guck mal nach rechts. Och, es ist nur ein Skelett. Nee, Skelette machen nichts. Skelette machen nichts. Die machen nichts. Da haben wir irgendwas recht steht. Alter. Was uns töten kann, das bewegt sich auch. Also, es läuft uns wieder her. Da müssen wir immer schnell den Ausgang führen. Guck mal, jetzt habe ich scheiße. Alter, jetzt bin ich recht schnell weg. Warte. Okay. Das ist ja wie mit Gleitstift im Kindergarten jetzt auch. Ja, ich bin froh, dass wir eine Map haben. Wenn wir keine hätten, das wäre ziemlich scheiße. Ich habe gar keine Runde mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann ja danach eine Runde übernehmen. Ja. Kerze. Wir haben eine neue Kerze. Ja, aber wir können die Platz nehmen. Ich glaube, wenn wir rennen und wenn wir Kerzen benutzen. Was hat das? Hier war es One-Off. Sie war vorher eine von uns. Wer? Der Ausgang. Was müssen wir denn benutzen? Wir haben das erste Level geschafft. Okay, okay. Nacht eins von sieben geschafft, Leute. Top. Boah. Nacht eins überlebt. Willst du die zweite auch noch machen? Die machen wir aber noch sofort mit. Dann mach die. Dann darfst du hier die in den Baustschritt. Du darfst nur nicht auf die Windows-Taste kommen. Er spielt das erste Mal am PC. Wir haben zwei Minuten 53 gebraucht. Ist das lang? Tatsächlich nicht. Artefakte gegründet, 100% genutzt. Okay. Ich will das ja auch nicht auf 100% bringen. Ist ja jetzt gerade nur so ein kleines Test. Der Dungeon wird stärker. Die Hölle wird härter zu dir sein. Nacht zwei wartet auf dich. Ich hab dir eben noch gesagt, wenn jemand mit Jumpscares kommt, dann bin ich... Dann ist... Das sind ja Jumpscares. So. Start zwei. Äh, nach zwei. Na, geh mal... Wieso geht das nicht? Hä? Das ist jetzt hier nicht die Frage. Ah. Jetzt. Die magische Hand hat gefehlt, wenn man zu macht. Das Problem ist, wenn wir... Und dann schon wieder nur eine Scheiß-Kette. Ich würde ja Licht anmachen, damit man die Webcam besser sieht. Nur das Problem ist, wenn wir das tun... Dann sieht man gar nichts mehr. Ja, eben. Dann sehen wir halt nichts. Okay. Ist das nur mehr... Ja, da kommt nix raus. Gut. Du bist nirgends wo reinkommen. Du bist nirgends wo reinkommen. Du startest einfach mitten im Raum. Warte, kurz. Was haben wir für eine Map? Oh Gott. Ja, die schwarze Linie ist... Oh mein Gott! Ah! Hätt ich jetzt hinterher das Tier drum oder nicht? Nee. Ach, nee. Nee, dann ist schon wieder gar nichts mehr. Das kann bei jeder Tür was passieren. Oh mein Gott. Na, kniecht die noch so mühe. Ja, das geht noch. Sagt dann wieder, ist nur Gas. Ist nur Gas. Und die Kerze ist raus. Ich glaube, ab der dritten Nacht sind es zwei Viecher, die uns verfolgen. Zwei? Ab der dritten Nacht. Das war das. Das sind wir. Das ist jetzt nur die zweite. Das heißt nur. Wenn wir die Klasse jedenfalls um die Ecke kommen, dann ist das gar keine Welt. Ich glaube, das Ding kann uns zweimal treffen, bis wir sterben. Und hier ist es aber nur eine Vermutung. Oh Gott. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das auch nicht, ehrlich gesagt. Nee, nee, nee. Was ist alles? Da weint jemand. Ja, natürlich, weil da jemand ist. Deswegen habe ich doch gefragt, was das ist. Das bin ich. Guck nicht zum Bild. Ich glaube, das ist ein Bild, das man nicht angucken darf. Help me. Warum? Wir brauchen Hilfe, nicht du? Da war noch eine Ruhe. Guck nicht auf das Bild. Da war noch eine Ruhe. Da war noch eine Ruhe. Rechts von dir. Rechts. Nein, weiter rechts. Du musst dich einmal anders rumdrehen, damit wir das Bild nicht ansehen. Oh mein Gott. Guck es nicht an. Gar nicht, meine Welt. Gar nicht, meine Welt. Geh einfach weiter, geh einfach weiter. Oh, hier gibt es ein Deck, hör auf. Nein, 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 wenn es irgendwas steht, ne? Er hat schon niemals. Kurz Map angucken. Okay. Schau, dass man das Monster nicht sehen kann auf der Map. Diese Staubkörner. Also, ob du Angst vor Staubkörner hast. Ist das nicht so nett, oder was ist die Staubkorn? Ah, heiliges Staubkorn. Okay, es geht noch, es geht noch. Gas, es strömt wieder. Kein Gas raus. Das ist unser Herzenschlag. Das gefällt mir trotzdem nicht. Wenn du irgendwo hörst, dass eine Tür aufgeht. Dann? Dann hör die Beine, nimm die Beine in die Hand, wenn wir die Tür nicht aufgemacht haben. Okay. Also, rechts. 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 Was ist das? Ich glaube, das Monster war hinter uns. Oh, Patrice, 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 Patrice. Kerze. Kerze, es ist gut, Kerze. Kerze, es ist gut. Kerze, es ist gut. Also, Leute, das ist heute die erste Dreamers Horror Show Folge. Ist er noch nicht leise? Nee, ich hab gedacht, ich spiel was hinter mir. Nee, das ist die zweite Folge jetzt und ich glaube, die erste, in der ich es... Oh mein Gott! Junge! Alter, Mikrofon ist total übersteuert gewesen. Wahrscheinlich, Hilfe. Kannst du die Tür aufmachen. Ich hörst die Tür auf. Wenn das Monster kommt, das schreit uns an. Und dann schlurft es langsam auf und zu. So viel kann ich schon verraten. Ich weiß nur nicht mehr, wie es aussieht. Aber ich glaube, es ist eine Mumie. Nee, Sackgasse. Ich glaube, es ist eine Mumie. Aber es ist, es ist, in den ersten beiden Nächten ist es, glaube ich, langsam wie ein Zombie. Aber es kann dich halt in hier immer... Was war das denn? Jetzt hör auf. Hast du nicht das Gesinge gehört? Jetzt hängt das noch hier fast. Ich werde nervös, ich werde nervös. Kurz auf die Map gucken. Ja. Okay, nächster Raum. Okay, gut. Ich hoffe, du hast es dir eingeprägt. Wir gehen jetzt hier noch wieder... Wenn das viel von vorne kommt, sind wir am Arsch. Das weißt du, ne? Oh Gott! Patrice, bitte, bitte, da war was. Patrice, ich will nicht mehr. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir machen die Nacht zu Ende, bis wir sterben. Ohne Witz. Das sind du die Erscheinungen. Warte, Map. Wir sind komplett falsch. Ich will nicht zurückgehen. Da waren wir schon. Geh rechts, rechts, rechts. Da waren wir noch nicht. Ich übernehme keine Verantwortung. Jackson! Das war nur das Skelett, das ich dir sagen kann. Nein, ich will nicht mehr. Ich bin am Schwitzen wie sonst das. Das geht nicht. Ganz ruhig. Dafür sind Horrorgames doch da, meine Fresse. Ich brauche eine Zigarette. Kriegst du gleich, kriegst du gleich. Was? Junge! Guck mal auf die Map. Okay. Oh, scheiße. Scheiße. Ich muss gleich was trinken, ey. Ist der Mund auch so trocken. Oh! Oh, da war irgendwie wieder was. Wenn das Artefakt im Raum ist, Was? Wenn das Artefakt im Raum ist, Dann leuchtet der Raum ja. Da ist nichts. Zumindest jetzt noch nicht. Links oder rechts? Warte. Eben, rechts. Rechts. Ich glaube, ich würde es bereuen, das gesagt zu haben. Links. Oben. Also rechts. Oh, diese Blöden fliegen. Hey, scheiße. Scheiß Gas. Und es ist nur unser Freund Mr. Skellick und der tut einem nichts. Der ist nicht korrekt. Dreh dich einfach nur nicht um. Dreh dich nur nicht um. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Das war das Skelett. Das war das Skelett. Oh, jetzt sind wir schon wieder hier. Bei der Heususe. Das mit der Heususe war lieb gemeint. Bitte tu uns nichts. Wir brauchen immer eine Kerze. Wann wie der Typ stampft immer? Geh weiter geradeaus. Geh weiter geradeaus. Doch, das sind wir. Warte. Weil ich die Karte aufgemacht habe. Übertreib dich. Links. Mich wundert, dass wir dem Viech noch nicht begegnet sind. Kerze. Kiste. Nein. Sie war vorher eine von uns. Also wenn du den Horror nicht ertragen willst, wenn das Vieh kommt, dann lass dich einfach töten. Ich werde sie nicht verübeln. Geh links. Links, 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 links. Hörst du den Herzschlaf wieder? Ja, das ist unsere. Geh rechts. Bitte, bitte, bitte. Nichts wieder, bitte. Oh, jetzt kommt irgendwas Dummes wieder, bitte. Vielleicht ist da eine Kiste drin. Vielleicht ist da eine Kiste drin. Warte, die Flieger. Ja, Kiste. Oh, Patrice. Nein. Nein. Ne, da kommen wir her. Da waren wir schon. Ah! Oh mein Gott. Alter, dass das manchmal aufploppt. Ich möchte kurz hinzufügen. Jumpscare ist für mich kein Horror, ja? Guter Horror wird durch Atmosphäre gebracht. Achtung. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Nee, geh anders. In der Richtung. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Da war der Anfangsraum. Ganz ruhig, ich bin bei dir. Du sagst irgendwas von Jumpscare. Keine Horror. Weil ich das gar nicht weiß. Äh, okay. Rechts und dann geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Durch den Raum, geradeaus. Mich macht ja alles ganz nervös hier. Weiter geradeaus. Okay, ich gucke auf die Map. Geradeaus. Geht trotzdem geradeaus. Die ganze Zeit. Oh mein Gott, ey. Ich hatte so einen Schiss an, ey. Ich hatte so große Arme. Mann, halt mich, halt mich. Diese Rex-Türen. Was haben wir dir getan? Schrei uns nicht an. Ich muss die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit auf der Schwitze. Oh mein Herz ist am Pumpen. Oh, da liegt... Ja, das ist ein anderer Spieler wahrscheinlich. Oh, mich wirklich. Und ich bin nicht mal am Spielen. Kerze. Oh mein Gott. Hey, woher? Warte, jetzt kommt wieder der Eingang mit Gas. Hier wird es... Da ist noch... Bitte noch eine, bitte noch eine. Ja, noch eine. Ich sag mal so, wenn wir die ganze Zeit Kerzen bekommen, kann das ja letztendlich nichts Gutes heißen, ne? Ja, vor allem, wenn wir die Kisten schneller aufgemacht haben als die anderen. Oh, fuck. Ich kann die Map nicht anmachen. Was war das? Was war das? Was passiert ist? Was passiert ist? Was passiert ist? Was passiert jetzt? Oh. Das war das Vieh. Nur in kurz. Rechts oder links? Geradeaus und dann links, oder? Ja. Fragezeichen. Ist das links? Ja. Das kommt wieder Gas. Pass auf. Die Türen gehen nach einer Zeit nicht zu, glaube ich. Rechts oder links? Links. Und jetzt geradeaus oder rechts? Überleg, entscheide du einfach. Oh, mein Herz. Halt dein Maul. Es war ja wieder so klar, ohne Witz. Es war wieder so vorhersehbar. Lass dich töten, wenn es kommt. Kerze. Kerze. Oh, jemals. Oh, den hatten wir eigentlich schon zu dringend. Oh. Diese fliegen. Ja. Ist ja nicht so. Die sind nervig. Ja, wir müssen hier. Wir haben keine Entfernung, oder? Ja. Oh, da ist wieder Skeletten. Ja, gerne. Achtung, jetzt wieder ganz. Jetzt klärst wieder aus. Ja. We will find you. Ja, ja, tu mich auch. Ich kann nur we will rock you. We will, we will fuck you. So fühle ich mich gerade. Okay, wir müssen wieder zurück. Und dann rechts. Okay. Okay, ja. Dann rechts. Dann rechts. Oh. Ich dachte, du hast dich schon den gewöhnt. Ja. Der ist ziemlich hoch texturiert. Das gefällt mir nicht. Kann der nicht einfach nur einmal an der Tür ziehen? Okay, wohin jetzt? Erstmal den Raum absuchen, oder? Oh Gott. Wollen wir die einlassen? Ja, natürlich. Der ist nur umgefallen. Der ist nur umgefallen. Da war eine Kiste. Der ist nur um... Da war eine Kiste. Scheiße, das hatte ich genau gebrochen. Ach, meine Fresse. Geh zur Kiste. Hinter dir. Da in der Ecke. Ja. Können wir uns hier freikaufen, vielleicht? Geht das? Echt nicht. Ich kaufe. Zwei Zimmer sind links. Merken. Ich habe echt Angst, nach links zu schauen. Oder sonst wo hin zu schauen. Links. Hinter dir. Was? Links. Genau. Geh wieder zurück. Nee, vergiss es. Da ist nichts. Da ist weder ein Artefakt, noch sonst irgendwas. Das Artefakt leuchtet. Der Ausgang auch. Oh Mann, oh Mann. Jetzt hier links rein. Jetzt kommt da hinten wieder was dummes. Das war nicht die Tür, die wir benutzt haben. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Oh, Patrick, spitze. Dreh dich um, dreh dich um. Nein. Das ist ein Sackgaste. Wir müssen da wieder raus. Oh, oh, oh. Warte. Okay, wir müssen links. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Shit. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Jetzt kauf. Jetzt gleich noch mehr mal eine Schatten. Kiste, kiste, kiste. Oh, eine Kerze. Oh, so verblüht, so verblüht. Hier. Ah, links. Rechts. Geh weiter, geh weiter. Oh, scheiße. Weiter. Nee, da ist nichts, geh wieder zurück. Da ist nirgendwo was. Geh wieder. Doch. Oh, das ist ein Skelett. Rechts, rechts. Da atmet doch jemand. Wir haben nicht mehr so viele Räume. Doch, links, guck mal oben. Ach, scheiße. Aber wir haben nicht mehr so viele. Ja, geh, geh, geh da. Geh da, genau, genau. Jetzt kommen ja diese Zickzack rein, oder? Geh die hier, oder? Ja, ach. Voll gut, danke. Da waren wir drin, da waren wir drin. Da waren wir schon, da waren wir schon. Okay, alles. Geh raus. Da ist nichts. Geh rechts, rechts. Da, da leuchtet was. Der Ausgang. Oh, das ist gleich. Rechts, rechts, rechts. Okay. Was? You cannot leave. Wir müssen erst das Artefakt finden. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Und dann wieder Eingang. Also komm auf die Map. Da weiß ich, wo das ist. Äh, geh mal links. Links. Wir wissen aber jetzt, wo der Ausgang ist. Alter. Wenn Uwe erst abkackt, ne? Ich flippe aus. Warte. Doch, geradeaus. Was kratzt da über dem Boden? Ne, da ist nichts, da ist nichts. Nein, ich wollte auf die Map gucken. Scheiße, 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 scheiße. Orthopedo! Ja, wir müssen da oben hin. Wie ist der beste Weg dahin? Gerade, ja, würde ich auch sagen. Dreh dich mal. Ne, mit der Maus. Perfekt. Oh, das Skelett. Jetzt ist es weniger schlimm. Okay, jetzt. Meine Pumpe beruhigt sich gerade, geradeaus. Ich find's mutig, dass du das machst. Dann muss ich jetzt wirklich nicht machen. Du bist die nächste Runde dann. Am Arsch. So war das dran. Danach gehen wir einkaufen. Das ist weit. Ich gebe aus. Ich komm jetzt an. Für deine Tapferkeit. Und wir müssen Schokolade holen für unsere Freunde und Betreuer. So. Ja. Das ist nur die Tür. Das ist nur die Tür. Geh weiter. Du redest hier nur von irgendwelchen Türen. Stell dir vor, wir hatten das Elben nur mit Sirenenhead gespielt. Sirenhead. Ohne willst du bei diesen Sirenen da? Das ist gar nicht mein Herz. Ja, meinst auch nicht. Das ist komplett vorbei. Ich find das Ganze... Ich find auch Sirenenhead ist irgendwie... Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Was schreit da? Was schreit da? Patrice, Patrice, Patrice. Links, 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 links. Hörst du das? Sirenenhead ist nun abklatscht von Slenderman. So, jetzt hab ich gesagt. Ja, komm. Gib ihm. Es kann rein theoretisch nicht da drin sein, weil die Tür zu ist. Rechts. Weiter, 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 weiter. Scheiß, Geh. Zurück, zurück, zurück. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Zurück, da ist es nicht. So, jetzt bleib im letzten Raum. Ach, leck mich doch. Wo ist der? Geh ja weiter geradeaus. Es ist wie bei Keggy. Es ist im letzten Raum. Ist ein YouTuber. Oh mein Gott, das will. Warum war ich dir zufrieden? Nein, geh weiter nach rechts. Rechts, 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 rechts. Und dann ist links. Da muss es sein. Geh rein, geh rein, geh rein. Geh einfach rein. Seh dich um. Seh dich. Die Kiste mir jetzt gerne in der Kerze. Das sind wir nicht. Nein. Töte mich nicht, bitte töte mich nicht, bitte töte mich nicht, bitte töte mich nicht. Ich bitte dich. Hä, warte mal. In welchem Raum soll die denn sein? Also das Artefakt. Wir sind im... Das war mir nicht der letzte Raum, ne? Anscheinend doch. Warte mal, und der Ausgang war... Scheiße, wo war der Ausgang? Hier. Hier war der Ausgang. Okay. So, wir müssen... Aber hier, wir sind rein. Doch, hier war der Ausgang. Bin ich mir ziemlich sicher. Da war eine Biegung nach oben. Okay, wir müssen jetzt geradeaus. Also raus erstmal, dann links. Rechts, genau. Geradeaus. Dann die zweite rechts. Okay. Du machst das schon, ne? Ja, ja, klar. Ich glaube an dich. Ja, natürlich. Gleich habe ich einen... Ja, auf den Kreislauf zusammengebrochen, da war... AHHHHH! Oh mein Gott! Das ist er. Das ist das Monster. Oh mein Gott, du dreckiger Hustensohn. Alter, da gammelt die einfach vorm Ausgang und wartet auf uns. Ich weiß nicht, was du machst. Aber du spätestens, wenn du dich verhalten kannst. Tschüss. Ja, Leute, war nett, ne? Danke fürs Zusehen. Danke fürs Mitleid... Alter, mein Kopf, ne? Mein Kopf explodiert. Ich fühle mit dir, ich fühle mit dir. Alice, ich hab noch vom Nervenzusammenbruch gelegen. Alter, ich hab gerade auch einen Nervenzusammenbruch. Hashtag nohomo. Ja, danke fürs... Danke fürs Mitleid. Holt es euch auf iPhone, auf Android. Ihr könnt euch das bei GameJolt holen. Ihr könnt es euch da ganz einfach holen. Kostet, glaube ich, auch nicht viel. Ähm, ja. Danke fürs Zusehen. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.